Die magische Woche bei Radio Hamburg. Zugegeben, der Name Harry Riegel klingt jetzt nicht sonderlich magisch. Horstriegel wäre zum Beispiel vielleicht besser gewesen. Oder Schokoriegel. Oder Hartriegel. Da müssen wir gleich mal fragen, warum er das nicht gemacht hat. Aber Harry Riegel macht Dinge, die ihnen wie Zauberei vorkommen. Gestern sollte Birgit zum Beispiel, unsere Birgit Hahn, hier zwei geometrische Formen malen. Unser Rechtsanwalt Daniel Ostendorf aus Niendorf hat überprüft, dass Harry nicht gesehen hat, was Birgit gemalt hat. Trotzdem wusste Harry, dass es ein Dreieck in einem Kreis war. Das war echter Wahnsinn. Ich frage mich immer noch, wer das gemacht hat. Ja, Harry, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen zu sagen. Guten Morgen. Erst kurz klären, warum kein Künstlername, warum Harry Riegel? Ganz ehrlich, Zauberei an und für sich ist ja schon etwas Unglaubliches. Und wenn ich dann auch noch einen unglaublichen Künstlernamen habe, dann glaubt mir ja niemand mehr etwas. Ja, das stimmt. Deine heutigen Experimente haben mit Zeitungen zu tun. Und deshalb freuen wir uns, dass er heute Morgen bei uns ist, von der Bild Hamburg, Mike Brodersen. Mike, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das so deine Zeit oder wann stehen Zeitungsmenschen normalerweise auf, Mike? Kann ich dir sagen, normalerweise komme ich um diese Uhrzeit erst nach Hause. Also für mich ist es schon relativ ungewöhnlich, so früh hier zu erscheinen. Ja, Mike Brodersen von der Bild Hamburg. Rechnen wir da ganz hoch an, dass du heute Morgen hier bist. Mit Mike ist nichts abgesprochen, stimmt's? Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin hier aufgetaucht, sehe den Magier und dich mit Vollbart. Ja, genau. Auch neu für mich. Ja, das war auch magisch, dass er überhaupt gewachsen ist. Nein, ich habe keine Ahnung. Okay, alles klar. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und wir freuen uns. Deswegen übergeben wir jetzt an Harry dein Experiment. Das ist ja das vierte, gestern drei, für heute das erste. Genau. Und gestern konnten Sie bereits alle mitmachen. Ich lade Sie auch heute wieder ein, alle mitzumachen. Sie können jetzt bereits mal schauen, was bei Ihnen zu Hause geschieht, wie es bei diesem Experiment bei Ihnen zu Hause aussieht. Einfach zuhören und mitmachen. Und Herr Brodersen, Sie sind ja Redakteur von der Bild-Zeitung. Jetzt mal eine blöde Frage. Wie viele Buchstaben befinden sich so auf oder in einer Tagesausgabe der Bild? Oh, keine Ahnung. Wissen Sie das? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Halbe Million? Keine Ahnung. Gut, gehen wir einfach mal jetzt laut Ihrer Aussage von einer halben Million aus. Das ist eine ganze Menge an Buchstaben, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Und um Buchstaben geht es jetzt auch. Doch bevor wir weitermachen, ich habe hier heute im Studio einen Luftballon. Den hat unser Rechtsanwalt, Herr Ostendorf. Genau. Herr Ostendorf, ich darf Sie bitten, den Luftballon mal an das Mikrofon zu halten und zu schütteln. Ich denke, das kann man hören, denn in dem Luftballon, meine Damen und Herren, liegt ein zusammengefalteter Zettel. Und auf diesen zusammengefalteten Zettel kommen wir später zurück. Doch bevor wir jetzt weitermachen, Herr Brodersen, gehen wir einfach mal davon aus, Sie würden die Bild aufschlagen. Die Bild von gestern oder die Bild von heute? Ja, ich habe sie hier. Ich habe sie auch hier. Gut, dann machen Sie das mal, schlagen Sie die auf. Wenn Sie zu Hause jetzt auch zufällig die Bild vor sich liegen haben, können Sie jetzt Ihre Meinung bilden. Ha, kleines Wortspiel. Schlagen Sie die irgendwo auf. Und Herr Brodersen, nennen Sie mir doch bitte spontan, wenn ich mit den Fingern schnipsen, irgendeinen einzigen Buchstaben, irgendeinen Buchstabe. Und zwar jetzt. H. Ein H. Immerhin. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 27. 27? Gut. Das heißt, die Chance war jetzt 1 zu 27. Das H. Gut. Nennen Sie mir bitte einen zweiten Buchstaben. Und zwar jetzt. Das S. Das S. Okay, gut. Und jetzt bitte noch einen dritten Buchstaben. Und zwar jetzt. Das G. Das G. Sind Sie sicher? Ja. Gut, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt H, S, G schreiben. Wir könnten G, S, H schreiben. Das sind alles Kombinationen. Oder wir könnten S, G, H schreiben. Zum Beispiel. Welche Kombination hätten Sie gerne? H, S, G. Also Sie hätten gerne H, S und G. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Möchten Sie vielleicht noch einen vierten Buchstaben dazu? Ja, warum nicht? Das M. Oh, scheiße. Das habe ich nicht mit den Fingern geschnipst. Okay. Machen wir noch mal. Ich schnipse mit den Fingern und dann nennen Sie einen Buchstaben. Sie können auch das M wieder nennen, wenn Sie wollen. Das ist Ihre Freiwahl. Nur erst, wenn ich schnipse. Ich nehme noch mal das M. Reporter sind sehr kritisch. Dass er jetzt das M nimmt, das hat mich ein klein wenig irritiert. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Okay. Wir wiederholen noch mal. H als zweiten Buchstaben? S. Als dritten. G. Als dritten? G. Und als vierten? M. H, S, G, M. Herr Brodersen, ich darf Sie jetzt mal bitten, den Luftballon zu nehmen und zusammen mit dem Luftballon hier zu mir rüber zu kommen. Das wird natürlich alles gefilmt mit der Kamera jetzt. Das heißt, Sie verpassen nichts. Radio.de auch jetzt über unsere Webcam. Alles live zu sehen. Also wir haben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aufgeschrieben. Und Herr Brodersen, ich darf Sie bitten, noch mal den Luftballon ans Mikrofon zu halten und zu schütteln. Ja, das ist ein roter Luftballon und da liegt irgendwas drin. So ein kleiner Zettel. Und jetzt, meine Damen und Herren, verrate ich Ihnen was. Drei Buchstaben wurden genannt aus dem Alphabet. Allein, dass drei bestimmte Buchstaben genannt wurden, allein da ist die Chance bei eins zu? Bei drei Buchstaben? 27 hoch 2 oder 27 hoch 3. Eine unglaubliche Zahl. Und dass diese drei Buchstaben, die Sie genannt haben, auch noch in einer ganz bestimmten Reihenfolge sind, die Chance ist noch viel geringer. Drei Buchstaben in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Herr Brodersen, wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, ich kenne Sie überhaupt nicht. Wirklich. Ja, ich glaube Ihnen das, nur unsere Hörer noch nicht. Aber vielleicht jetzt. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt gleich einen lauten Knall hören und Sie sitzen im Auto, es ist nicht Ihr Autoreifen, fahren Sie einfach ganz beruhigt weiter. Herr Brodersen, ich darf Sie bitten, die Schere zu nehmen. Okay. Ich halte den Luftballon so hin. Und bei drei werden Sie den Luftballon zu stechen, aber erst bei drei, dann fällt der Zettel runter. Ich möchte den Zettel, der hier drin ist. Okay. Nicht berühren, okay. Bei drei und dann heben Sie den Zettel auf. Okay. Eins, zwei, drei. Heben Sie den Zettel auf. Ich möchte ihn nicht berühren. Okay. Ich hebe den Zettel jetzt auf. Ich habe den Zettel in meiner Hand. Darf ich ihn aufmachen? Machen Sie ihn auf. Wir haben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich möchte ihn nicht berühren. Und lesen Sie laut vor, was auf dem Zettel steht. Denn, meine Damen und Herren, bevor wir angefangen haben, habe ich unserem Anwalt heute Morgen den Luftballon gegeben. Der Zettel lag in dem Luftballon isoliert in völliger Abgeschiedenheit. Herr Prodersen hat den Luftballon zum Platzen gebracht, hat den Zettel rausgenommen. Und jetzt lesen Sie uns vor, was auf dem Zettel geschrieben steht. Ja, da ist ein kleiner Zettel drin. Die Schrift ist schwarz. Und dort steht, die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge lauten unglaublich. H, S, G, M. Das bedeutet, nicht nur die Buchstaben sind richtig, sondern auch die Reihenfolge der Buchstaben ist richtig. Sie können sich zu Hause gerne mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und ausrechnen, wie hoch die Chance ist, von 27 Buchstaben vier und das noch in der richtigen Reihenfolge zu wählen. Das mit der Bild-Zeitung. Vielen Dank, Herr Prodersen. Mike, du hast ja schon viel erlebt. Dein Eindruck? Ich bin völlig ratlos. Das ist unglaublich. Also, ich bin wirklich, das gibt's gar nicht. Das ist mein Job. Und wenn Sie zu Hause das Gleiche erleben wollen, dann rufen Sie uns nachher an für das nächste Experiment. Genau. Erstmal kurz Daniel Ostendorf, unser Rechtsanwalt, muss noch mal kurz bestätigen, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich hab den Luftballon die letzte halbe Stunde nicht aus der Hand gelassen. Also, ich weiß auch nicht, wie das gehen kann. Unglaublich. Also, das war das erste Experiment für diesen Morgen. An dem zweiten magischen Experiment des Morgens werden Sie teilnehmen. Sie denken sich ein Wort und Harry weiß, welches Sie im Kopf haben. Das ist ein Wort.